Guten Morgen! Heute nehmen wir euch mit zum Klettersteig auf der Rax, den Headsteig. Wir sind jetzt in Griesleiten am Parkplatz angekommen. Es ist 7.40 Uhr und los geht's! Wir sind jetzt beim Bachinger Bründl angekommen. Wir haben hierher eine Stunde gebraucht. Jetzt gehen wir noch ca. 20 bis 30 Minuten zum Einstieg vom Headsteig. Aber vorher machen wir eine kleine Pause. Und weiter geht's! Musik Musik Wir sind jetzt gerade am Einstieg vom Headsteig. Der Zustieg hat ca. 1,5 Stunden gedauert mit einer kurzen Pause im Bachinger Bründl. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann geht's los. Die ersten sind schon drinnen im Headsteig. Musik 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 Wie schaut's denn aus bei dir? Da ist das? Ja! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben es geschafft, wir sind wieder am Parkplatz Jetzt machen wir da was für unsere Füße